Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? Sie geben nicht auf, oder? Entschuldigung, ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Ab... Verzeihung, ich suche das Grab eines Jungen, ein John Shepard. Geradeaus, ein Stück weiter hinten. Danke. Abschnitt. Danke. Hey Scott, wohin gehen Sie? Das Grab von John Shepard muss hier sein. Hat Ihnen niemand gesagt, dass man auf Friedhöfen nicht schreit? Die Toten stört das nicht. Das Schiff ist mir beobacht. Verzeihung, ich suche... Kein Problem, ich schaff das schon. Kein Problem, ich schaff das schon. Hier ist es. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Armer Kleiner. Ich kannte den Juppen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Ihr nichtsnutzigen Sträuche, macht euch gefällig hier raus. Los! Haut ab, ihr verfluchten Rotzbeckl! Kommt wieder, wenn eure versammte Mutter von der Arbeit zurückkommt! Er ist erst wieder voll! Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Ich wette, du kriegst mich nicht! Und was Pause, ich kann nicht! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mann, du bist echt ne lahme Ente. Mann, du bist echt ne lahme Ente. Na los, komm schon, du Flasche. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Mann, du bist echt ne lahme Ente. 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 Die B-E-G-E-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach, Quatsch. Ich schaffe das leicht. Guck hin! John, warte auf mich! Jetzt mach schon! Na los! Du bist jetzt dran! Es ist Zeit für den Todes, John! Ta-da! Oh! 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 Spielen wir verstecken. Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn und elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Hilfe! 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 Die Schreie, das ist Johns Stimme. Hilfe! Ich muss hinhören und seiner Stimme folgen. Hilfe! Mein Fuß! Mein Fuß steckt fest. Greif zu! Ich zieh dich raus! Mist! Das klappt nicht. Was machen wir jetzt? Halt durch, John! Ich hol' Hilfe! Halt durch! Los, beeil dich! Ich glaub, das Wasser steigt. Ich mach schnell! Bin gleich wieder da! Doch, das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge. Was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich geh' lieber nach Hause. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Kommen Sie, zurück zum Wagen. Halt! Was ist los? Der Mann da drüben. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Er legt Blumen auf John Shepards Grab. Tja, fahr Staat! JusMay, nach einer JuCO, nach einer. Untertitelung der K які aus der Espagne. Jeg hat immer noch in den utilizationen,